Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, so ein ähm Dragons Aufstieg vom Berg. Das wollte ich jetzt jeden Tag 10 und bis es möglich ist 15 Minuten lang machen, weil ich hab das Spiel schon mal früher gespielt und man kann nicht so lange Let's Plays davon machen. Okay, Berg ist Heimat. Unsere Heimat für Wikinger und Drachen, aber vor allem für den Frieden und die Freundschaft zwischen ihnen. Unuson und ich lieben es, die Insel um den Berg herum zu erkunden und Drachen und Eier zu retten. So, jetzt willkommen. Okay, man kann das jetzt eigentlich mal gratis machen. So, verschärfen und verschärfen. Oh, es kommt hin. Und, zapp. Sieh an. Und, ja. Tadam. Sieh, alle kam nie, alle kam nie, alle kamen, das heißt. So, jetzt sammelt der für uns Fisch, die gute Rolle. Und hier ist unsere Fischlage, wie komplexiert wir haben, wird der Jugend angezeigt. Und hier kann man halt die Kinder einfach für Toils bauen, also ein Wikinger-Haus, aber die kosten nur dieses Mal 40, aber, äh, wenn das Spiel abgeschlossen ist, dann kosten die 450. Ach, schuldigung, jetzt gibt's ja auch ein paar Karten-Packs. Neu-Quest. 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 und kann wollen es gibt ja auch in der trache den kenne ich eigentlich gar nicht der immer flügler den kenne ich Prozent das ist sie überwildet glaube ich der Kurs soll über überwildet um das ist der Prozent ich weiß nicht kennen und das ist hier der und die Tote Köln nicht fisch eine Rolle wieder aus tritt das Haus wieder auf. Aum. Nö. Hey, wo gebe ich dir keine Ruhe jetzt so aus? Äh, ach schon. Boah, das ist schon gut. Warte, ähm. Hier. Gratis. Fisch. Ah, ich hab das da lange nicht mehr gespielt. Ich hab das noch angezeigt, dass wir das aufwerten können. Okay, das ist gut. Ähm, kann ich das gratis verschneiden? Platzierung. Ja. Äh, ich brauch aber noch einen. Ja. Oh, wie schnell und gratis. So, wie viel Holz soll ich für den Kurs? 155. Boah, jetzt ist mein ganzes Halt aber weg. Es ist fertig. Oh, was ist das für ein Konzept? Oh, was ist das für ein Konzept? Nein! Nein! Was ist das für ein? Ja. Ja. Da meinen Mann. Bken Kühl. noch ein riesengroß noch ein riesengroß dich auch auch wenn wir den Hang-Yang können wir einfach Drachen reinpacken wenn der nicht mehr genug Platz ist auf BRP und da geht es hier auch weiter kommt man viel mehr Sachen machen das ist hier die Schmiede Fisch Fisch warum aber Holz Scheiße wir haben noch eine Quest ähm haben wir drei Wecke auf Berg Lohnung geil äh auch Quest abgeschlossen vielleicht soh ausgabe oh da wo ich nicht genügend Fisch habe gib mir Fisch los neu senden gratis so Fisch wieder ja bisschen mehr Fisch äh warte ich kann ah nee jetzt kann ich dich auch da hinschicken schneller gratis jetzt holst du mal bitte Holz mein Gula das war es eigentlich hier auf Berge mal man muss immer genau das gleiche machen später kommen halt noch mehr Funktion ähm ähm hier ja hier ja für 14 Sekunden ach so eine Minute insgesamt mehr muss man hier eben machen später kann man halt noch Kämpfe machen hier im Raufen aber das sind halt kann ja Online-Spieler das sind Sondern-Bots ähm 40er Fisch äh neu senden gratis es gibt ja noch Schafe zum Beispiel eins gehört nö aber eigentlich kann man die umschmeißen 2 da wird irgendwas mit Sturmfeil beschleppt mit Schrecken Schrecken oh ja klingt doch schön um meine Tasche ne schneller gerade Fisch Fisch äh Fisch und not ok äh waaat geil jahre 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 aber du nehmst dich die Farmquelle jahre 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 ifs jahre 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 ich will kein Holz, ich hab schon genügend Holz. Nein, danke, ich hätte keine 80 Dinge aus. Hab ich sowieso nicht. Dann kann ich sie mal aufwerten. Gratis. Okay, das ist geil. Ich frage mich, wie weit das noch geht. Dass man das Gratis machen kann. Oh, die Münzen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ne, Odin müssen dann diese. Ähm, neu senden. Komm, es gibt mir einfach... Jetzt hab ich sechs Dinger ausgegeben. Es gibt mir schon ein Ei. Boah, in sich. Aber warum immer nur Holz? Okay, da kann... Okay, ab der sechsten Minute kann ich schon nicht mehr Gratis machen. Ähm... Neu senden, aber Gratis. Ich verhoff' doch kein Holz. Ach, wisst du was. Suche... Ich suche mal so'n Kronkel. Weißt du, das ist da Fisch? Ja. Neu senden, Gratis, hier. Fisch! Fisch! Hey, da bekomme ich hier nur Fisch draus. Wow, das haut jetzt. Gib mir noch Holz! Äh, Fisch! Gib mir Fisch! Ja. Okay, was. Na, weiß ich auch nicht mehr. So, aufwerten! Arte! Ja, da kommt noch was los. Noch richtig viel, ne? Ähm, Neo halbbestimmt, ne? Ne, Fischbecken. Halbbestimmt. Juno! Ohne zahlen schrecklichen Schrecken. Ach so, okay. Ich suche jetzt einen hier. Schnellern, Gratis. Danke! Wenn das so weitergeht, kann man ja immer das machen. Dann bekommt man immer richtig schnell diese Rhein-Minsen aufhaben. Das find ich cool. Brauchen wir viel Geld ausgeben. Ähm, wir setzen Dachdachen auf Level 6. Ohne Zahni. Ich brauche wieder Fisch. Ohne Zahni. Ich brauche wieder Fisch. Ohne Zahni. Ohne Zahni. Ohne Zahni. Ich brauche wieder Fisch. Gut. Gratis, äh, verschnellern. Holz, brauche ich aber nicht. Na, gratis, verschnellern. Komm. Jetzt hab ich nein. Freilassen. Komm, ich Fisch. Ähm, kann ich dich wieder verschnellern? Ja. also ähm, warte los 6 jetzt hab ich kein Holz mehr, äh, kein Fisch mehr so so, super wenn ein Fisch bin, weil der Holz äh